Servus Leute, was geht und willkommen und jetzt alle zusammen bei einem neuen Video. Ja Freunde, viele haben mich gefragt, ey Herat, du sagst doch, du hast früher schon mit YouTube angefangen und die waren da deine Videos, kannst du uns mal ein Video zeigen? Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich zeige euch mal heute ein altes Video von mir, lasst ihr das jetzt gleich abspüren Freunde. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr noch mehr solche alten Videos von mir sehen wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da Freunde und schreibt es unten in den Kommentaren rein und ich würde sagen, fangen wir an mit meinem altes Video, was jetzt vier Jahre glaube ich her ist. Und ich würde sagen, let's go, viel Spaß und abonnieren nicht vergessen Freunde, peace out. Ach und Freunde, ihr findet noch ein Video auf meinem zweiten Kanal, Link ist auch oben in der Videobeschreibung, erster Link, checkt auch meinen zweiten Kanal ab, peace out. Verdammte Scheiße. Boah, das kann ich mir, seitdem ich dich will, hast du mich verfolgt? Nein. Verdammt Alter, was ist, wie ich in den Knast komme, was habe ich schon angestellt, verdammt. Oh mein Gott, wie kommen Sie sich alle in den Knast, ich habe so Angst davor. Ich denke, ich muss die Seife bücken. Oh Mann, ich kann es mir schon vorstellen, vor dem Gericht zu stehen. Da reinzukommen, wie es sein wird. Nun ist er soweit. Das ist Jan. Ja, ja. Ja, genau. Hier hat er einen Angeklagte. Sie verzichten auf Rechtsanwalt und vertreten Sie selber. Ja, genau. Ruhe im Saal, Ruhe. Hier hat er einen Angeklagte. Was Sie jetzt hier reden, wird ein Gericht gegen Sie verwendet. Also, reden Sie klar und deutlich und Wahrheit. Sonst nicht den Ohr lang. Zu viele Pisser machen hier ein auf Babo. Ziehen einen Gramm Koks und fühlen sich wie Rambo. Diese Ghetto-Kippen. Ich kann dich nicht so richten. Ich habe keine Musikstudio. Ja. So, hiermit beende ich die Sitzung und raus hier aber ganz schnell. Hey, warte mal. Das war doch das Lied von KC. Wach auf, Herr Ratsch. So. Albert. Albert kann mir bestimmt weiterhelfen. Ja, Mann. Oh, der Schlüssel ist da drin. Boah, ist Albert schlau, Alter. Der wusste, der ist schlau. Albert, was machst du da? Ich glaube, das nennt sich Mathematik. Mathematik, Mathematik, Mathematik! Albert, Mann. Ey, wach auf, wach auf. Du musst mir helfen, Mann. Was ist los? Erst essen. Verruhen wir uns erst mal. Was? Verruhen, guck mal, Frau Max, Alter. Du musst mir helfen. Was ist denn los, kleiner? Albert, Albert. Albert, geklaut. Richter, Tür, Keller, werfen Schuhe auf mich. Du hast geträumt, wie ein Richter sich abführt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Und was? Du hast was geklaut? Herr Ratsch, Mann. Ja. Was haben die uns gleich herbeigebracht? Ja. Ich habe Angst. Ey, Junge, beruhig dich mal. Das Wichtigste ist, keiner, ich meine es ernst, keiner, darf dich gesehen haben, damit das klar ist. Keiner. Ja, keiner hat mich gesehen. Ja, wir sind sicher. Junge, wir leben jetzt im Untergrund. Wir müssen uns vor alles verstecken. Wir dürfen keine Menschen sehen. Wir dürfen gar nichts. Wir haben kein Essen. Wir haben kein Bett. Wir haben keine Duschen. Wir haben gar nichts, Mann. Gar nichts haben wir. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Siehst du? Das war ja auch schon lange. Ey. Armer, schau mal. Was? Ich habe Hunger. Ja, ey, schau. Lass mal was suchen. Boah, du Kopfschmerzen. Kannst du mal deine verfickte Fresse halten, Mann? Was, Mann, was? Ich kann nicht dafür, Mann. Albert, Mann, komm doch endlich mal schlafen, Junge. Kannst du mal aufhören? Das ist alles deine Schuld. Vorher hatte ich ein Zuhause, eine Familie, die mich geliebt hat. Was kann ich dafür, Mann? Musstest du unbedingt kriminell werden? Musstest du das? Musstest du das? Hörst mich. Was willst du eigentlich? Was willst du genau, Mann? Das war es nicht wert. Und ich glaube, einer verfolgt uns die ganze Zeit. Junge, Mann. Bist du dir sicher, dass uns keiner verfolgt hat? Uns verfolgt keiner. Wieso ist einer hier verfolgen, Mann? Ich dachte, du bist hier, in diesem Wald. Wir sind in Sicherheit. Was ist los? Ey, was machen wir hier eigentlich? Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich kann nicht mehr. Das war doch erst seit gestern, Jungs. Behindert? Ja. Und ey, warte, warte. Ich habe vorhin da hinten was gefunden. Guck mal hier. Schokolade. Schokolade. Was soll mich das so? Und Schokolade, Mann? Ah, Mann, ey. Warte, 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 ich habe noch was. Warte, warte. Marienkäfer in Schokolade. Ey, Junge. Ich werde dich verpfeifen. Hast du gehört? Das wissen wir nicht mehr. Nein, Mann. Du darfst mich nicht verpfeifen bei den Polizisten. Hör auf, Albert. Hör auf, Mann. Das machst du nicht. Ich werde... Sorry. Ich hör auf, Albert. Nein, Albert, das wachst du nicht. Hör auf. Hör auf. Albert. 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 Ich werde mich klar sein. Ich verpfiffen. Ich muss weg, bevor die Polizei kommt. Der hat seine ganze Sache wieder vergessen. Ich muss hier weg. Ich muss hier... Ich muss hier... Ich will immer verfolgen mich noch. Was ist das? Hör auf! Teil 2 folgt noch. Hör auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017